Herzlich willkommen! Nachdem wir uns in den letzten Tagen ausgiebig mit Cardano beschäftigt haben, wollen wir den Fokus nun auf weitere Projekte legen, welche großes Potenzial haben und euch hiermit die Top 7 Kryptowährungen präsentieren, welche im September 2021 explodieren werden. Es ist teilweise schwierig, auf einem so volatilen Markt wie dem Kryptowährungsmarkt den Überblick zu bewahren. Aus diesem Grunde haben wir uns für euch nach vielversprechenden Projekten umgesehen, die wir in dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto nun vorstellen. Wie viele wissen, sind wir der breit gestreuteste Kryptokanal mit den größten Hintergrundinformationen, seriös und auf den Punkt gebracht. Um uns zu unterstützen, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Da uns auch immer viele Fragen erreichen, wie du günstig Krypto traden und kaufen kannst, wollen wir dir eine gute Möglichkeit aufzeigen, um Gebühren zu sparen. Mit Atani kannst du auf 20 Börsen gleichzeitig traden und dadurch über 1.500 Euro an Gebühren sparen. Den Link findest du in der Beschreibung. Die letzten Wochen waren sowohl für Krypto-Projekte als auch für Anleger durchaus erfreulich. Neben der Ankündigung und Durchführung des London-Updates von Ethereum konnte auch Cardano durch das bevorstehen des Smart-Contracts bringende Alonso-Update große Kursgewinne verzeichnen. Zusätzlich konnte Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung erst kürzlich die kritische 50.000 US-Dollar-Marke durchbrechen, hat seitdem jedoch wieder eine kleine Korrektur Richtung 46 bis 47 US-Dollar erlebt. Alles in allem und unter der Berücksichtigung natürlicher Schwankungen sind das alles sehr positive Umstände zum Jahresende hin und ebnen den Weg für zukünftige Kursgewinne. Wie angekündigt zeigen wir euch heute die sieben vielversprechendsten Projekte für den Monat September und präsentieren euch neben bekannten großen Projekten auch eine Handvoll kleinerer Kryptounternehmungen, welche jedoch auch nicht unterschätzt werden sollten. Das erste Projekt, das wir euch heute vorstellen möchten, ist Tezos, Tickersymbol XTZ. Tezos ist grundsätzlich ein Blockchain-Netzwerk, das auf Smart-Contracts basiert und Ethereum nicht allzu unähnlich ist. Es gibt jedoch einen großen Unterschied. Tezos zielt darauf ab, eine fortschrittlichere Infrastruktur zu bieten, was bedeutet, dass es sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verbessern kann, ohne dass die Gefahr einer Abspaltung des Netzwerks besteht. Die Open-Source-Plattform Tezos bezeichnet sich selbst als sicher, ausbaufähig und langlebig und betont weiterhin, dass ihre Smart-Contract-Sprache die Genauigkeit bietet, welche für hochwertige Anwendungsfälle erforderlich ist. Dem Projekt zufolge ist sein flexibler Entwicklungsansatz zukunftssicher und wird planungsgemäß bis weit in die Zukunft hinein auf dem neuesten Stand der Technik bleiben, da die Entwicklungen der Blockchain-Technologie stets mitgemacht werden können. Obwohl Staking bei so gut wie allen Blockchains üblich ist, hat Tezos eine einzigartige Variante dieses Prozesses. Die Teilnehmer können sich an der Steuerung des Netzwerks durch Baking beteiligen, wobei sie effektiv 8000 XTZ einsetzen müssen. Dies dient insbesondere zur Absicherung, dass sich User gewissenhaft verhalten. Die sogenannten Baker haben dann auch die Aufgabe, in einem vierstufigen Verfahren, das etwa 23 Tage dauert, über vorgeschlagene Änderungen am Code der Blockchain abzustimmen. Tezos ist auch deshalb einzigartig, weil es bereits von namhaften Unternehmen genutzt wird. Im September 2020 wurde beispielsweise bekannt gegeben, dass der französische Bankenriese Société Générale diese Blockchain für Experimente mit einer digitalen Zentralbankwährung nutzen will. Erst kürzlich konnte Tezos ein paar Schweizer Fintech-Firmen für seine Blockchain begeistern. In einem Artikel von Blockchain.News hieß es hierzu, dass die neuen Produktangebote dazu beitragen werden, mehr institutionelle Anleger anzuziehen, die sich an der Protokoll-Governance beteiligen und an den von Netzwerk generierten Renditen verdienen wollen. Als nächsten Coin für September präsentieren wir euch VeChain, Tickersymbol VET. VeChain ist eine Blockchain-gestützte Plattform für Lieferkettenmanagement. Die 2015 gegründete und im Juni 2016 gestartete Plattform VeChain zielt hierbei darauf ab, mithilfe von dezentraler Governance ein Ökosystem zu schaffen, das einige der bis dato größten Probleme beim Lieferkettenmanagement löst. Die Plattform verwendet zwei hauseigene Token, VET und VTHO, zur Verwaltung und Wertschöpfung auf Grundlage der öffentlichen Blockchain VeChain Thor. Die Idee ist, die Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Lieferketten zu steigern, während gleichzeitig die Kosten gesenkt und mehr Kontrolle in die Hände der einzelnen Nutzer gelegt wird. VeChain hat es sich zur Aufgabe gemacht, die traditionellen Lieferkettenmodelle zu verändern, eine Branche, die sich vor Einführung von Blockchain-Technologie über Jahrzehnte hinweg kaum verändert hat. Der Einsatz einer transparenten Technologie ohne eine einzige Schwachstelle oder Kontrollpunkte ermöglicht mehr Sicherheit, Effizienz und einfache Nachverfolgung von Produkten in einer bestimmten Lieferkette und senkt zeitgleich die Kosten durch unabhängige Automatisierung. Das Modell von VeChain ist daher insbesondere für Unternehmen interessant, welche Probleme in der Lieferkette verringern und ihren Kunden einen transparenteren Eindruck vermitteln wollen. VeChain konnte ähnlich wie andere Kryptoprojekte seit Ende Juli Kursgewinne von über 100% verzeichnen, bewegt sich jedoch noch deutlich unter seinem Mai-Hoch von beinahe 28 US-Dollar-Cent. Aufgrund der langsam wieder aufstrebenden Wirtschaftsleistung sowie generell nötiger Neuerungen im Bereich des Lieferkettenmanagements sehen wir weiterhin großes Potenzial in VeChain. Als drittes und letztes großes Kryptoprojekt müssen wir erneut Ethereum, Ticker-Symbol ETH nennen. Auch wenn das Projekt von Vitalik Buterin sicherlich für die meisten kein Geheimnis mehr ist, weist es äußerst großes Potenzial für die weitere Entwicklung in den nächsten Monaten auf. Wie wir bereits beim London-Update beobachten konnten, bringen Neuerungen weitergehende Steigerungen vor und nach der tatsächlichen Durchführung mit sich. Während das letzte Update sich mit der Transaktionsgebührenstruktur auseinandergesetzt hat, wird das nächste Ethereums System grundlegend verändern. Ethereum 2.0, welches planungsgemäß bis Ende des Jahres eingeführt werden soll, wird das Projekt endgültig zu einer Proof-of-Stake-Plattform machen und somit auf denselben Stand wie Cardano bringen. Während aktuell neue Ethereum-Tokens noch durch energieaufwendiges Mining kreiert werden, wird dieser Prozess bald der Vergangenheit angehören. Ethereum kann jetzt schon mit einem gigantischen Ökosystem glänzen und hat sich in den letzten Jahren als unverzichtbarer Bestandteil der dezentralen Finanzwirtschaft, NFTs und des Blockchain-basierten Gamings entwickelt. Es bestehen seit längerem äußerst optimistische Prognosen über die Weiterentwicklung der zweitgrößten Kryptowährung, welche durch den Hype um das London-Update eigentlich nur bestätigt wurden. Insbesondere wenn man bedenkt, dass der bevorstehende Umstieg auf Ethereum 2.0 das vergangene EIP 1559-Update bei weitem in den Schatten stellt. Nach weitestgehend bekannten Projekten zeigen wir euch nun ein paar kleinere, eventuell unbekanntere Projekte, die euch jedoch auch interessieren dürften. Wir beginnen mit 88MPH, Tickersymbol MPH. Grundsätzlich eine Anspielung auf den Filmklassiker Zurück in die Zukunft ist 88MPH ein Ethereum-Protokoll, das es ermöglicht, Kryptovermögen zu einem festen Zinssatz zu leihen. Indem man dies tut, verdient man MPH-Belohnungen und Anteile der Einnahmen des Protokolls. Die Plattform bietet eine Vielzahl an möglichen dezentralen Finanzprotokollen zum Verdienst von passivem Einkommen. Von Anleihen mit fixem und flexiblem Zinssatz über Null-Coupon-Anleihen, welche erst am Ende der ausgemachten Periode eine Rendite auszahlen, bis hin zu klassischem Staking sowie Liquiditätspools ermöglicht 88MPH Zugang zu einer Vielzahl von Finanzinstrumenten der Kryptosphäre. Laut Angabe der eigenen Website werden aktuell über 23 Millionen US-Dollar über das Finanzprotokoll von 88MPH verwaltet. Im Angesicht der stetig wachsenden Nachfrage nach dezentralen Finanzinstrumenten bietet das Kryptoprojekt großes Aufwärtspotenzial für die Zukunft. Als nächstes richten wir unseren Fokus auf KeeperDAO, Ticker-Symbol ROOC, R-O-O-K. KeeperDAO ist wie der Name schon suggeriert, eine dezentralisierte Organisation, die Märkten für Smart Contract-basierte Lösungen Liquidität verschafft, indem sie die Sicherung von Verträgen übernimmt, auch Underwriting genannt. Diese Underwriting-Verträge werden erstellt, um einen Anreiz für die Teilnahme an der KeeperDAO zu schaffen. KeeperDAO stellt einen On-Chain-Liquiditätsmechanismus unter Verwendung von Derivaten bereit. Token-Inhaber sind hierbei in der Lage, ihr Guthaben zu besichern, dass sie dann entweder liquidieren und wieder Zugang zu ihren Sicherheiten erhalten oder die Sicherheiten für einen bestimmten Zeitraum sperren können, um wiederum Erträge zu erzielen. Das System ähnelt also einer modifizierten Art von Lending und Staking. KeeperDAO ist wie erwähnt eine dezentrale, autonome Organisation, die eine Verbindung zwischen Nutzern und kritischen Komponenten des dezentralen Finanzwesens, Risiko, Reputation und Liquidität bietet. Die Rolle von KeeperDAO besteht darin, eine sichere Umgebung für die wichtigsten Prozesse bei der dezentralen Kreditaufnahme oder Vergabe zu schaffen. Die Prozesse beschränken sich jedoch nicht nur auf die Finanzierung eines Kredits, sondern umfassen auch Nachschussforderungen, die Einziehung von Sicherheiten und die Aufnahme neuer Mitglieder auf die Plattform. Leistungen wie Transaktionssicherung werden mit dem Wachsen des dezentralen Finanzsektors nun an Wichtigkeit zunehmen und zukünftig unverzichtbare Bestandteile von Finanzdienstleistungen werden, weshalb auch wir gegenüber KeeperDAO bullisch eingestellt sind. Unser nächster Coin für September ist das Perpetual Protocol. Ticker Symbol PERP. Perpetual Protocol wurde Ende 2019 ursprünglich unter dem Namen Strike Protocol eingeführt. Das Projekt basiert auf einem von Kryptobörse Uniswap inspirierten Automated Market Maker Design. Automatisierte Market Maker sind Teil des dezentralen Finanzökosystems, kurz DeFi. Sie ermöglichen den erlaubnisfreien und automatischen Handeln mit digitalen Vermögenswerten, indem sie Liquiditätspools anstelle eines traditionellen Marktes mit Käufern und Verkäufern nutzen. Das Perpetual Protocol benutzt hierbei einen eigens kreierten Algorithmus, der es stets ermöglicht, ein wettbewerbsfähiges Produkt für jedes Handelspaar zur Verfügung zu stellen und somit einen Vorteil gegenüber anderen Anbietern verspricht. Das Team des Projekts gibt hierbei an, dass PERP der erste virtuelle automatisierte Market Maker ist, welcher Märkte ohne Maker ermöglicht und dennoch die Liquidität auf der Blockchain garantiert. Diese makerlosen Märkte senken die Kapitalanforderungen, die traditionelle Märkte erfordern und ebnen den Weg für neue und aufkommende Finanzprodukte. Der Versicherungsfonds von Perpetual Protocol wird von den Inhabern seines nativen Tokens PERP garantiert. Der Fonds wird hierbei verwendet, um unerwartete Verluste aus dem fremdfinanzierten Handel zu decken. Sobald der Versicherungsfonds erschöpft ist, prägt das Perpetual Protocol weitere PERP-Tokens, um den Versicherungsfonds wieder aufzufüllen und die Verluste zu decken. PERP-Inhaber können ihr Vermögen für einen bestimmten Zeitraum in den Staking-Pool des Projektes einbringen und im Gegenzug mit einem Prozentsatz der Transaktionsgebühren belohnt werden, welche im gesamten Protokoll zusätzlich zu den inflationären Staking-Belohnungen anfallen. Erst kürzlich hat PERP die Veröffentlichung von Curie, der zweiten Version des Perpetual Protocol bekanntgegeben. Der Start erfolgt nur wenige Monate nach dem Start der ersten Version des Perpetual Protocol. Das Protokoll hat hierbei in kürzester Zeit ein Handelsvolumen von mehr als 19 Milliarden Dollar erreicht, was das Projekt zu einer der führenden dezentralen Börsen macht. Abschließend präsentieren wir euch Helium, Ticker-Symbol HNT. Helium ist ein dezentralisiertes, blockchain-gestütztes Netzwerk für Internet-of-Things-Geräte. Das Internet-of-Things, kurz IoT, beschreibt das Netzwerk von physischen Objekten, sogenannten Dingen, die mit Sensoren, Software und anderer Technologie ausgestattet sind, um Daten mit anderen Geräten und Systemen über das Internet auszutauschen. Das im Juli 2019 gestartete Helium-Hauptnetz ermöglicht es drahtlosen Geräten jedenfalls mit geringer Leistung miteinander zu kommunizieren und Daten über sein Netzwerk von Knotenpunkten zu senden. Bei den Knoten handelt es sich um sogenannte Hotspots, die eine Kombination aus einem drahtlosen Gateway und einem Blockchain-Mining-Gerät sind. Die Nutzer, welche Knoten betreiben, validieren Transaktionen auf diese Weise und verdienen Belohnungen in Heliums nativem Token HNT. Helium hat sich hierbei zum Ziel gesetzt, die IoT-Kommunikation auf die Zukunft vorzubereiten, indem es die Unzulänglichkeiten der aktuellen Infrastruktur seit der Gründung im Jahr 2013 aufzeigt. Das von Krypto-Risikokapitalgeber Andresen Horowitz unterstützte Projekt konnte erst kürzlich über 111 Millionen US-Dollar zum Aufbau eines dezentralen kabellosen Kryptonetzwerks für sich sichern und scheint großes Potenzial für die Zukunft aufzuweisen. Wir halten fest. Heute stellten wir euch sieben Krypto-Projekte mit großem Potenzial für September vor. Der Reihe nach waren die Coins Tezos, VeChain und Ethereum sowie die kleineren Projekte 88MPH, KeeperDAO, Perpetual Protocol und Helium. Jedes der Projekte ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig und bietet einen besonderen Nutzen. Ein Trend, welcher wiederum eindeutig sichtbar ist, ist die Bedeutung des dezentralen Finanzwesens, mit dem sich die meisten der Projekte beschäftigen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann unterstützt uns doch bitte und hinterlasst einen Kommentar. Dankeschön.